Hallo, mein Name ist Iduna Demmer. Ich unterrichte an der Wetzlarer Musikschule Gesang und ich möchte euch einladen, bei mir doch einmal einen Schnupperkurs zu buchen. Was kann man von meinem Unterricht erwarten? Also im Prinzip gehe ich immer auf die Wünsche meiner Schüler sehr ein. Wenn also jemand Popmusik liebt, versuchen wir daraus etwas in Angriff zu nehmen. Dann gibt es den klassischen Bereich oder Musical wird auch gern gemacht. Bis hin zur Oper, meine eigene Ausbildung, die ist also mehr im klassischen Bereich angesiedelt. Die Begleitung für die Stücke, die dann gesungen werden, die übernehme ich meistens selber. Oftmals können aber auch Begleit-CDs dazu geschaltet werden oder wenn man jemanden hat, der auf einem anderen Instrument begleiten kann, dann ist das auch sehr nützlich. Ja, also es wäre gut, wenn ihr Noten mitbringen könntet für die Stücke, die ihr singen wollt. Oder wenn ich Stücke einbringe, dann bringe ich natürlich Noten mit. Normalerweise geht der Unterricht so los, dass wir eine Viertelstunde lang Töne singen und Einsingübungen machen, um Vokale zu lernen und Vokalausgleich zu üben und ein bisschen an der Technik zu feilen. Und dann geht es los, dann kommen eben die Lieder oder Stücke, die wir erarbeiten wollen. Ich habe mittlerweile aus allen Altersgruppen Schüler gehabt und auch immer noch. Also die jüngste Schülerin, die war neun Jahre alt und die älteste 76. Alle hatten großen Spaß im Unterricht und haben auch einige Erfolge erzielt. Ja, warum soll man überhaupt singen oder Gesangsunterricht nehmen? Da gibt es die unterschiedlichen Wunschvorstellungen und Träume. Da gibt es eine Kindergärtnerin, die nicht mehr heiser werden will. Oder eine Mutter, die ihrem Kind etwas vorsingen will, ohne mit der Luft zu kämpfen oder ohne falsche Töne. Dann gibt es Leute, die möchten unheimlich gerne in einen Chor gehen und trauen sich aber nicht so richtig, weil sie nicht sicher sind, ob sie tatsächlich ein Lied singen könnten. Und bis hin zu der Vorstellung, endlich auf einer Bühne auftreten zu können oder bei Familienfeiern etwas Kleines beitragen zu können. Also all das wird vermittelt und die meisten Leute haben auch dann ihr Ziel erreicht, was sie sich vorher vorgenommen hatten. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einfach mal vorbeischaut und so einen Schnupperkurs wahrnehmt bei mir. Das sind vier Stunden, vier halbe Stunden und dann können wir uns kennenlernen und ich denke, es wird viel Spaß machen bei der Wetzlarer Musikschule.